hallo und herzlich willkommen zu einem neuen adventskalender türchen bei stürme heute ist türchen nummer fünf dran türchen nummer fünf haben wir hier wir öffnen es jetzt ich bin gespannt was wir heute drin haben und ich bin gespannt was wir am sechsten türchen haben nikolaus und ich ziehe es jetzt raus und das ist eine bekannte marke tuborg tuborg müsste eigentlich jeder kennen premium qualität aus kopenhagen dänemark 4,9 prozent halben nieder ja ich glaube das brauche ich nicht mehr so sagen oder tuborg tuborg habe ich noch nie getrunken ich habe auch noch nie werden es grüner getrunken oder licha die anderen zwei habe ich noch nie getrunken also habe ich noch gar nicht gekannt so ich öffne jetzt die dose und dann probiere ich mal es riecht nicht so wie die anderen biere wo ich geöffnet habe oh ja also besser wie das von gestern das von raffen von raffen das hat mir gar nicht geschmeckt tuborg ja also ja das kann man trinken wer von euch trinkt tuborg also wie immer ich sage nicht unter 16 jahren alkohol dringen also kein bier schnapps gibt es ja eh erst ab 18 glaube ich ich bin alt genug ich darf das und ich probiere es ja nur hier in diesem video ja ja das war nicht schlecht also türchen nummer fünf ist nicht schlecht gewesen so morgen ist türchen nummer sechs dran wo der nikolaus kommt vielleicht tut mir den nikolaus ein kasten bier vor die tür stellen wäre auch schlecht nicht schlecht ja da würde ich sagen bis morgen schaut bei stürme und op vorbei ich weiß noch gar nicht ob ich das heute erwähnt habe ja da habe ich nämlich den tops matche text adventskalender und lasst das kostenlos an abo da werden wir uns sehr darüber freuen und da würde ich sagen bis morgen und auf wiedersehen